Gedenkstunde im Landtag von Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Knapp zwei Monate nach den verheerenden Überschwemmungen erinnert das Parlament an die 57 Opfer aus dem Bundesland. Extreme Starkregenfälle lösten Mitte Juli schwere Überflutungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen aus, die ganze Ortschaften verwüsteten. Wir gedenken ihrer, wir trauern mit ihren Familien und Freunden. Und mit unseren Gedanken sind wir auch bei den Menschen in Rheinland-Pfalz und anderen Ländern, in Belgien, in den Niederlanden, in Luxemburg, die dort ihr Leben ihrer Angehörigen, ihre Liebsten verloren haben. Dieser Landtag hat über lange, lange Zeit keine Gedenkfeiern gekannt. Jetzt erst das Corona-Gedenken, jetzt diese Katastrophe. Es ist eine Heimsuchung, die wir im Moment erleiden. Während der Gedenkstunde werden die Namen der Toten in einem Videofilm eingeblendet. Laschet erinnert aber auch an die Hilfsbereitschaft der Menschen. Die Hilfsbereitschaft im ganzen Land war überwältigend. Tausende sind mit Generatoren, Frischwassertanks, Traktoren, mobilen Küchen oder einfach nur mit Schaufel, Eimer und Kaffee in die Flutgebiete gefahren. Sie haben geholfen, egal ob bei der Familie, Freunden, Nachbarn oder bei Fremden. Der Regierungschef sichert den Betroffenen erneut jede erdenkliche Unterstützung bei der Bewältigung der Folgen und beim Wiederaufbau zu. Das sei das Land den Opfern schuldig. Also Sammlisch Neuner Vielen Dank.